Hallo lieber Wassermann, hier ist die Inbal von Inbalstarro.com. Herzlich willkommen! Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es nächste Woche bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahresmonats sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, wo du auch diese Golden Art Nouveau-Karten finden kannst. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Jetzt Wassermann, mach dich darauf gefasst, dass in nächster Zeit, ja, die Legung ist für nächste Woche, aber Zeit ist flüssig, mach dich darauf gefasst, dass du durch eine Phase der extremen Unklarheit gehen wirst. Das ist jetzt die dritte Legung, die ich starte. Jedes Mal waren die Messages ziemlich unklar, ja, und in beiden Legungen war der Turmsturz zu sehen. Der Turmsturz ist keine schlechte Karte, auf der Turmsturzkarte ist ein hässlicher Turm abgebildet und der Turm hat keine Türen. Das ist eine Lebensweise, das ist ein Lebensumfeld, Wassermann, das so lange da gestanden ist, dass es krachen muss, damit es eine Änderung bei dir gibt, damit es zum Positiven geht für dich, ja? Und es muss fast sein. Diese unklare Phase, die du in nächster Zeit durchgehen wirst, das ist nichts anderes als ein Turmsturz und nach einem Turmsturz passiert dann immer Gutes, ja? Und, 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 mach dir keine Sorgen. Okay, ich werde hier jetzt direkt zu den Karten übergehen. Bin mal gespannt. Und auch wenn jetzt hier die Message konfus sein sollte, unklar sein sollte, werde ich jetzt diese Legung publizieren, ja? Weil wenn das, wenn das so, wenn das das ist, was passieren soll, eben, dann ist es ja, dann ist ja alles unklar, ja? Das ist ja so. Also, Page der Kelche. Page der Kelche. Ich sehe hier bei einigen Wassermann-Menschen einen neuen Menschen auftauchen, ja? Da taucht ein Mensch in eurem Leben auf und löst einen Turmsturz in euch aus. Wenn, ähm, wenn Einflüsse von außen, wenn äußere Umstände dafür sorgen, dass sich etwas in unserem Leben verändert, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man selbst viel zu lange gewartet hat. Normalerweise sollte man Selbstverantwortung tragen über das eigene Leben und die Veränderungen einleiten und tun und machen, ja? Und das Leben selbst gestalten. Aber wenn, wenn einem zum Beispiel gekündigt wird, wenn, ähm, wenn einem Jobs zufließen die ganze Zeit, Gelegenheiten, ja, zufließen, oder wenn, wenn man dann jemanden kennenlernt, der plötzlich all das, was man vorher erlebt hat, gesehen hat, infrage stellen lässt, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man es selbst schon längst nicht getan hat, ja? Weil zeitlich gesehen muss man eigentlich hier schon so weit sein, dass man einen solchen Menschen schon längst angetroffen hat, ja, weil man in diesem Modus schon ist und dann eigentlich schon längst in einer glücklichen Beziehung. Aber man hat an etwasen festgehalten. Ja, ist so. Der Hierophant umgekehrt. Da kommt ein Mensch, Wassermann, und stellt all das, was du bisher gekannt hast, gewusst hast, gedacht hast, auf den Kopf. Der Hierophant steht für Regeln, der Hierophant steht für Lebensansichten, ja? Der Hierophant steht für dein Glauben. Das muss nicht in Bezug auf eine Religion sein, ja? Dieser Mensch wird dein Glauben auf den Kopf stellen. Die Welt so, wie du sie gesehen hast. Gut tun sie das. Gut so. Gut so. Der Stern. Dieser Mensch wird dir klar machen, was wirklich dein Herzenswunsch ist, was dich wirklich erfüllen wird. Okay. Siehst du, das ist eben, und auf sowas folgt dann Turmsturz. Beziehungsweise das hier wäre dann so, ihr seht, wie toll diese Karten sind, ja? Ist dein Page der Kirche, Hierophant, und der Stern. Das ist deine Karte im Tarot, Wassermann. Und das hier ist quasi ein Turmsturz, der hier geschieht. Dein Glauben kehrt sich komplett. Und du weißt jetzt viel besser, was deine Wunscherfüllung ist. Plötzlich fällt es dir wie Schuppen vor den Augen und du siehst so, oh mein Gott, genau das ist es, was ich immer wollte. In diese Richtung wollte ich immer gehen. Wenn ich es so erzähle, tönt es ganz leicht, ganz einfach, ja? Oh, cool, da kommt jemand, oh wow, das ist meine Wunscherfüllung. Aber im echten Leben, dann im Alltag, ist das hier ein sehr konfuses Gefühl. Plötzlich stimmt für einen das, was man gekannt hat, was man gedacht hat, nicht mehr. Das ist, für viele ist das unangenehm. Naja. Die hohe Priesterin. Das ist das weibliche Pendant zum Hierophant. Der einzige Grund dafür, dass sich dieser Mensch als Page zeigt, ist, weil er sie neu in dein Leben tritt. Ja, du kennst diesen Menschen noch nicht. Wassermann, du wurdest schon seit langem dahin gerufen. Du wurdest, du warst hier so unterwegs und du wurdest hier schon längst dazu gerufen, hier Veränderungen in deinem Leben durchzuführen, etwas zu tun, dich frei zu machen, in eine gewisse Richtung zu gehen, sei das, dass deine Intuition dir gesagt hat, geh an den Strand, geh an den See, irgend sowas, geh nach Berlin. Und du hast immer solche Dinge hinaus, und es ist so wie ein Push vom Universum. Und dieser Mensch wird jetzt so zu dir gepusht, damit du endlich weißt, wo lang. Es scheint mir, und ich habe das sehr oft, also gerade bei den persönlichen Sessions zum Beispiel, merke ich, wie sehr die Menschen die Verbindung nach innen verloren haben, diese Verbindung zur inneren Stimme. Und Wassermann, du bist ein Luftzeichen und du bist ein philosophisches Luftzeichen. Du tendierst dazu, dir große Gedanken zu machen in Bezug auf Themen im Leben, anstatt einfach nur dieser kleinen, leisen Stimme in dir zuzuhören. Und du scheinst dieser Stimme nicht zugehört zu haben, also kommt jetzt sozusagen die Stimme zu dir. Telepathische Verbindung hier. Dieser Mensch wurde auch zu dir geleitet. Und hier der Turmsturz, der dein ganzes Leben ändern wird. Ist bei den vorherigen Legungen auch eben, das ist die dritte Legung, die ich hier jetzt mache. Und bei den vorherigen Zweien ist der Turmsturz auch erschienen. Turmsturz, Wassermann, und dann hast du was zu feiern. Okay, also noch deutlicher können die Karten gar nicht sein. Vielen Dank, dass ihr mir bestätigt, was ich da für Zeugs erzähle. Dieser Turm, der musste krachen, der musste sein. Nein, du wirst dich unwohl fühlen in nächster Zeit, weil es einfach so ungewohnt ist, weil sich einfach vieles verändert in deinem Leben. Aber glaubst mir, am Ende wirst du dann was zu feiern haben. Okay? Lebensfreude pur hier. Lebensfreude pur. Hier habe ich die 17. Karte, hier habe ich die dritte Karte. Das ist dann die 20 und mit 20 schließt man mit der Vergangenheit ab. Ja, man lernt eine Lektion. Man erwacht sozusagen aus den Toten. Mit der Weltkarte ist Abschluss. Und dann mit der Nah springt man dann neu in Richtung neue Zukunft. Okay? Ich werde hier direkt mit diesen Karten eine weitere Reihe ziehen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Wassermann, werde ich fragen, was du noch nicht über dein Gegenüber weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen. Dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.